Oh, ist das knapp! Mama! Mama! In der Karriere ist Vogelpolizeimeisterin der Bundespolizei. In Sachen Muskeln kann sie es auch mit durchtrainierten Männern aufnehmen. Ich war ja mal früher stolz auf meine Oberschenkel, weil ich so ein bisschen was an Fahrrizeps hatte, aber das... Jetzt sehe ich mal hier jetzt das Kupfermachon. Dass man hier in die Samson, dass man diese Aussagen aufgehauen hat, ich will so schnell wie du die beste Fahrradfahrerin der Welt werden. Ich bin hier noch nicht der Vorbilder gehabt, weil ich sage, wenn ich die Vorbilder habe, nicht so gut werden wie der. Und ich will aber besser werden. Und ja, wie schnell das geht? Das ist schon sehr kaputt. Das ist gut. Das ist die Nachfolge. Zwei Fahrradfahrer sind jetzt hier drin. Und eine erfolgreichste Fahrradfahrer. Der Blatt ist im Abend. Glückwunsch nochmal. Danke.